Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Gut aufgelegt begrüßt alle Spotlight-Gäste Eva-Maria Kaiser. Ich darf Ihnen heute die neueste Talente-Gruppe vorstellen. Leitung Peter Jones, Künstlername Spike Rapp. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Fernsehshow Spotlight, ich glaube, ich darf diese Sendung als eine Fernsehshow bezeichnen. Was wird denn nicht alles auf diesem Schirm gezeigt und als Show bezeichnet? Die Fernsehshow Spotlight also wird in erster Linie von jungen Leuten gerne gesehen, von jenen Leuten, die auch gerne Ö3 hören. Und so ist es eigentlich ganz normal, dass diejenigen, die für die Programmierung, für die Bestückung der Sendung Spotlight verantwortlich sind, auch engstens zusammenarbeiten mit jenen, die für die Programmierung von Ö3 verantwortlich sind. Wir begrüßen aus diesem Grunde herzlich die Zuschauer von Spotlight und wünschen eine sehr gute Unterhaltung. Und ich sage Dankeschön meinen Kollegen Eva-Maria Kaiser und Ernst Grissemann, die mir ihre Stimme geliehen haben für einen Spaß. Es sollte ein Spaß sein, bei dem, also wirklich nicht ein Ton von dem, was wir jetzt gehört haben, war von mir. Für den Fall, dass Sie vielleicht zu Hause streiten sollten. Es war alles Playback. Ich werde so oft gefragt, warum wir immer wieder Playback in dieser Sendung verwenden. Einfach aus dem Grund, weil die akustischen Voraussetzungen in einem Fernsehstudio eben nicht die sind, die man in einem Plattenstudio hat. Und wenn wir einen Hit bringen, dann müssen wir ihn mit Playback bringen. Und die Kunst ist eben, den Mund genauso zu bewegen. Ich habe es versucht, vielleicht ist es mir gelungen, vielleicht haben Sie ein bisschen gelacht zu Hause. Ich hoffe es jedenfalls.